Ja, ich denke es war ein gerechtes Unentschieden. Ja, Austria Wien war die erste Halbzeit etwas besser, hatte die größeren Torchancen. Ja, in der zweiten Halbzeit waren wir klar dominant, hat wirklich auch sehr gute Einschussmöglichkeiten und ja, ein Sieg wäre natürlich schön gewesen, aber ich denke, im Endeffekt war das gerecht. Ja, ein guter Spieler, Schauspieler gerne manchmal ein bisschen, aber trotzdem denke ich für die Austria ein ganz guter Spieler und für jeden Gegner unangenehm. Ich denke, sie haben ein gutes Bassspiel, ein gutes Umschaltspiel. Ja, haben sehr gute Spieler auch und bringen sie wahrscheinlich auswärts nicht immer so zustande wie zuhause, so dominant aufzutreten und ja, wird ein interessantes Spiel für die Zuschauer und ja, auch ein sehr schweres Spiel für uns. Ja, weil wir jetzt am Sonntag auch gegen den Sturm gewinnen und wir genügend Punkte holen, um Platz zwei oder drei zu erreichen. Doma beim Esteralltag. 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 Doma beim Esteralltag.